Hey, Miley! Ich hab dir dein Lieblings-Eis mitgebracht, wenn du schon den ganzen Tag zu Hause sitzen musst. Obwohl ich nie verstehe, wie du Warnende mit Schokoschöpf nehmen kannst. Ist für mich zu fett, aber... Hauptsache, lass es dich nicht. Hier. Oh, toll! Mein aller schönstes aufgeweichte Pappe und... Lilly-Habe. Hast du da deinen ganzen Kopf eingesteckt? Mein Dad, entschuldige. Ich bin nur so aufgeregt, weil ich mich heute Abend mit Oliver treffen will und... Ich muss ihm etwas sagen. Ach ja? Ja, aber ich weiß nicht, wie darauf reagieren wird. Ach, keine Sorge. Wenn du Schluss machen willst, wird Oliver es verstehen. Schluss machen? Vergiss es. Ich will ihm sagen, dass ich ihn liebe. Endlich kann ich wieder spucken. Du willst Oliver sagen, dass du ihn liebst? Das kannst du nicht tun. Wieso nicht? Na, weil... Ein Mädchen ist nicht zuerst sagen, Leute. Das ist nicht gut. Das gibt dem Jungen zu viel Macht. Du wirst die Frauenbewegung um 50 Jahre zurück. Ich will in zwei Jahren werden und lass mir das nicht von dir kaputt machen. Ich liebe ihn nun mal. Gut, ich liebe Erdnussbutter. Deswegen mache ich mich nicht vor einem Glas davon lächerlich. Oder? Wie kann man das tun? Ich bin gl